Willkommen bei Brilliant Tools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Der sechsteilige Schraubendreher-Satz umfasst vier Schlitzschraubendreher sowie zwei Kreuzschlitzschraubendreher und im Detail schauen wir uns den jetzt mal an. Der Satz umfasst die Größen 3x80, 4x100, 5,5x125 und 6,5x150 mm als Schlitzschraubendreher und als Kreuzschlitz Philips PH1x80 und PH2x100 mm. Der Griff ist bei allen Schraubendrehern ein Zweikomponentengriff, der für ordentlich Grip sorgt. Zudem ist der Griff als Vierkant ausgeführt, somit rollt er nicht weg und im oberen Bereich ist noch eine Öse zum Aufhängen. Die Klinge ist spezial gehärtet, im vorderen Bereich brüniert für lange Lebensdauer und als ganz speziellen Clou sind alle Spitzen auch magnetisch, somit geht keine Schraube mehr verloren. Ich bin nicht aufzogen, damit es beides poradım. Ich denke, die Fertigkeit heute imoralen Bereich brü survived.